Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute wollen wir über die anstehende Übernahme von Microsoft sprechen für Activision Blizzard. Und ihr habt es ja mitbekommen, das geht ja seit Anfang des Jahres eigentlich. Microsoft zusammen mit Xbox, was eben unter dem Schirm von Microsoft hier ist, hat 69 Milliarden Dollar geboten, um Activision, Activision Studios, Activision Blizzard aufzukaufen. Das heißt Warcraft, Diablo, Call of Duty, die gesamte COD-Franchise, Call of Duty Mobile, Warzone Mobile. All diese Sachen sind in diesem riesigen Deal mit drin. Und die FTC, das ist die Federal Trade Commission, das ist im Prinzip die amerikanische Kartellbehörde, die direkt dem Präsidenten unterstellt ist, also Joe Biden aktuell. Der hat auch den Vorsitz bestellt. Das heißt, er hat Leute in den Vorsitz der FTC gesetzt, die für ihn in seinem Sinne natürlich mehr oder weniger abstimmen. Das ist in den USA bei vielen solcher Positionen relativ normal. Diese Übernahme ist ja längst nicht durch, denn die FTC hat Klage eingereicht und will diese Übernahme von Microsoft für Activision Blizzard anfechten. Genauso hat das schon die europäische Kartellkommission gemacht. Genauso wehrt sich Sony ja immer noch dagegen. Und das ist eigentlich eine absolute Frechheit, denn Sony stellt sich hier hin und sagt, genauso wie die FTC, Microsoft will den Spielemarkt, was mit dieser Übernahme definitiv passieren würde, verändern. Das ist aber eigentlich eine ganz schöne Frechheit von Sony. Denn Sony hat allein dieses Jahr für den Halo und Destiny Entwickler Bungie 3,6 Milliarden Dollar geboten, um die zu übernehmen. Genauso hat Take-Two für den Farmville-Betreiber Zynga, das ist so ein großer Betreiber, der eben auch Smartphone-Games und sowas auf dem Mobile-Markt, der relativ Großes anbietet, ebenfalls für 12,7 Milliarden Dollar. Also das ist nicht so, dass Microsoft das erste und einzige Unternehmen auf der Welt ist, was irgendwie Geld dafür bietet. Und Microsoft hat sich bereits mit Nintendo drauf geeinigt, dass Nintendo eben auf der Switch und zukünftigen Nintendo-Generationen und Konsolen Call of Duty tatsächlich releasen könnte. Das wäre das allererste Mal, dass man auf Nintendo Call of Duty spielen könnte. Sony sagt, dieser Deal, und dieser Deal kommt halt nur zustande, wenn Microsoft eben tatsächlich Activision übernehmen darf. Dieser Deal kommt aber nur zustande, wenn sie den eben komplett übernehmen. Und Sony sagt, dieser ganze Deal ist fake, auf der Nintendo mit der Engine läuft Call of Duty gar nicht. Microsoft hat Sony angeboten, für 10 Jahre erst einmal vertraglich zugesichert haben, dass Call of Duty für die nächsten 10 Jahre auf der jetzigen, auf der alten und auf der neuen Generation von Playstation-Konsolen ganz normal erscheinen kann. Sony wehrt sich trotzdem dagegen. Sony sagt, Microsoft will exklusive Inhalte vorwiegend im Game Pass unterbringen, was ja die Xbox-Version ist, was Sony als PS Plus hat. Wobei der Microsoft Game Pass einfach qualitativ und preislich besser ist. Ihr kriegt bessere Spiele, mehr Spiele für weniger Geld als Playstation Plus. Sony hat, und man muss es so sagen, obwohl ich ja ein Playstation-Fan bin, Sony hat in den letzten Jahren es einfach versäumt, mit dem Markt mitzugehen und fürchtet jetzt um ihre Vormachtstellung auf dem Gaming-Markt. Was ganz interessant ist, vor allen Dingen, weil Microsoft ja vorgeworfen wird von Sony, dass die eben exklusive Inhalte vor Playstation-Nutzern vorher releasen wollen. Wenn wir jetzt mal überlegen, aktuell haben wir einen Tag mehr Double XP für Playstation-User, denn es gibt ein Deal zwischen Activision und Sony. Die Playstation-User konnten die Beta früher spielen als Xbox und PC und konnten sie länger spielen als Xbox und PC, genauso wie sie es letztes Jahr konnten. Xbox-User haben kein extra XP, 10%, wenn sie in einer Party spielen. Playstation-User haben extra XP, wenn sie in einer Party spielen. Das heißt, alles das, was Sony und Microsoft eigentlich vorwirft, ist das, wovon Sony seit vielen Jahren mit ihrem Vertrag mit Activision profitiert. Weshalb das Ganze natürlich komplett heuchlerisch ist. Dazu muss man sagen, die ganzen Ängste von Sony sind ja nicht 100% unbegründet, denn Microsoft hat sich ja zum Beispiel 2020 für knapp 7,5 Milliarden Dollar, glaube ich, mehrere Titel von Bethesda geschnappt. Unter anderem Starfield, Redfall, das sind alles Microsoft-Exclusive-Titel, die du auf der Playstation nicht spielen kannst. Auf dem PC, auf der Xbox, auf der Playstation nicht. Dafür muss man aber auch sagen, es gibt eben auch verschiedene Titel, die du nur auf der Playstation spielen kannst. Und diese Exklusiv-Titel gehen mir schon seit Jahren auf den Keks, weil irgendwie an dem Stück Plastik, was du kaufst, entweder die Konsole oder die, ist abhängig, ob du mit dem oder dem das und das Game spielen kannst. Was für mich kompletter Schwachsinn ist, aber es geht dann natürlich um finanzielle Interessen. Diese FTC wird jetzt bis Mitte des Jahres diese Klage erheben und dann die Direktorin Holly Vidova, das ist eben die, die auch direkt von Joe Biden eingesetzt wurde, wird mit Microsoft und den Rechtsanwaltskanzleien und Sony und Nintendo gucken, ob diese Übernahme legal wäre, ob sie den Gaming-Markt zu sehr beeinflusst. Deswegen das Kartellamt. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ihr mal anguckt, Warzone 2, vielleicht später Warzone 3, jedes Jahr Milliarden Umsätze durch den Call of Duty Multiplayer, durch die Ingame-Käufe, ein wachsendes Call of Duty Mobile, was mittlerweile, ich glaube, 10 Millionen User hat. Und das dürft ihr nicht unterschätzen, die Smartphone-User machen den größeren Teil aus als die PC- und Konsolen-User. Nicht jeder auf der Welt hat eine Konsole, nicht jeder hat einen PC, aber fast jeder hat ein Smartphone. Und Gaming auf dem Smartphone, auch wenn es für mich jetzt nichts ist, ist einfach ein steigender Markt, ein Markt, der noch mehr Potenzial hat, als der Gaming-Markt generell nur. Weshalb natürlich auch solche Aufsichtsbehörden genau gucken, ob so ein Deal durchgehen darf, ob das kartellrechtlich durchzuwinken ist. Die EU-Behörde ist eingeschaltet, Microsoft, Sony, also ganz viele Parteien. Und am Ende, das ist meine Vermutung, wird es darauf hinauslaufen, dass die Parteien zwischen Microsoft und Sony ein Deal abschließen, gemeinsam, vor allen Dingen die, zusammen mit Nintendo wahrscheinlich, die ja auf dem Gaming-Markt trotzdem ganz gern irgendwie noch mitsprechen würden. Auch wenn ich nicht sehe, dass ein Call of Duty mit der neuen Engine auf einer Nintendo Switch laufen sollte. Also die Vorstellung ist schwierig. Es wird am Ende einen Vergleich geben, ein Deal geben und Sony wird für mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte, zugesichert bekommen, dass sie Call of Duty nach wie vor auf der Playstation anbieten, verkaufen und betreiben können. Was es aber heißt, ist an dem Punkt, wo für 69 Milliarden Dollar Microsoft diese gesamte Franchise mit den Studios, mit Activision, Activision Shanghai Studios, Blizzard und wie sie alle heißen, gibt ja verschiedene Unterlagen, kaufen sie sich natürlich für Jahre einen der Bestseller überhaupt. Wir haben jetzt aktuell, ich glaube, zwei Monate Release Time von MW2 oder noch nicht mal ganz zwei Monate. Wir sind bei 2,4 Milliarden Dollar und wir haben noch so gut wie keine In-Game-Verkäufe, denn das, was bisher im Shop ist, ist ja wirklich gelinde gesagt, sehr, sehr wenig und lieblos. Da kommen noch viel, viel mehr Sachen, die dann auch absolut abgehen. Wenn Microsoft das Ganze kauft, kaufen sie ebenfalls die Verträge mit Treyarch, mit Sledgehammer, mit Infinity Ward, mit Binox Software, mit Raven Software, mit Toys for Bob, mit Daemonware, das ist der Entwickler von SBMM. Sie kaufen all dieses Know-how, all diese Entwickler, all diese, den gesamten Namen der Franchise, all das Potenzial und werden es mit den Möglichkeiten, die Microsoft hat, die ja viel größer sind als die von Activision an sich, noch viel mehr da rausholen können. Ob es deswegen besser wird oder schlechter wird, das ist reine Spekulation, da kann ich auch nichts zu sagen. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass dieser Deal spätestens in den nächsten 6, 7 Monaten durchgehen wird und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass Microsoft auf dem Gaming-Markt und aktuell sieht es so aus, also Sony, Microsoft und dann Nintendo oder so, Sony wird sehr viel von ihrer Position verlieren, denn es wird sehr viele Spieler geben, die auf den Game Pass wechseln, auf dem PC anfangen zu spielen, auf der Xbox anfangen zu spielen, die Xbox kaufen. Die Xbox ist, so sehe ich das, aktuell die bessere Konsole als die PS5. Sie ist verfügbarer, sie ist günstiger, es wird darauf hinauslaufen und Sony wird sich strecken müssen. Ich bin mir sehr sicher, dass Sony selber überlegen wird, ob sie eben ein, zwei Titel exklusiv für sich wieder einkaufen, um diese Gap ein bisschen zu verkleinern, aber Tatsache ist, es geht mittlerweile so weit, dass das amerikanische Kartellamt Klage eingereicht hat, sich eingeschaltet hat und der Deal ist mitnichten durch. Geplant war ja, dass ab 2024, das wäre dann das nächste Treyarch-COD, was kommt, Microsoft sozusagen verantwortlich ist für das Ganze. Nach aktuellem Stand würde ich das noch anzweifeln, dass bis dahin wirklich alles durch ist, dass Microsoft bereits Einfluss nehmen kann. Randnotiz, Bobby Kotick, der Wichser von Activision, der CEO, hat seinen Leuten und Mitarbeitern schon geschrieben, dass er überhaupt keine Probleme bei der Übernahme sieht und keiner sich Gedanken machen soll und sie sollen weiter an den großartigen Inhalten arbeiten. Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, das geht durch oder floppt das Ganze? Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, ich bin raus.